Frequentis hat eine starke Vision. Wir wollen Nummer 1 weltweit in sicherheitskritischen Einsatzleitzentralen werden. Frequentis ist ein globales Hightech-Familienunternehmen. Wir sind in 150 Ländern der Welt tätig und unsere Kunden sind üblicherweise die Flugsicherungen, militärische und zivile Flugsicherungen, Polizei-, Rettung- und Feuerwehreinsatzleitzentralen, maritime Einsatzleitzentralen und Bahneinsatzleitzentralen. Das heißt, man merkt schon, wir liefern in sicherheitskritische Infrastrukturen, in Einsatzleitzentralen, die eben sicherheitskritische Aufgaben wahrnehmen müssen. 2021 war natürlich herausfordernd, so wie für viele Branchen, vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hatten viele Reiserestriktionen, aber ich muss sagen, die Leute haben das super gemeistert 2021. Wir haben Umsatzwachstum gehabt, wir haben unseren EBIT verbessert, wir haben nebenbei noch drei Firmen eingekauft und integriert. Also in Summe muss ich sagen, war es ein sehr herausforderndes, aber ein sehr, sehr gutes Jahr für Frequentis. Frequentis hat einen tollen Auftrag der Ausdruckkontroll bekommen und der Inhalt dieses Auftrages ist es, die sichere Integration von Drohnenflügen im geregelten Luftraum sicherzustellen. Es ist ganz, ganz wichtig, Drohnen werden vermehrt Luftraumteilnehmer werden und da gilt es natürlich, hier eine sichere Integration dieser Flüge in einen malen Luftraum auch gewährleisten zu können. Die Frequentis ist in einem Marktsegment tätig, der wächst und zwar international, global wächst. Es gibt drei wesentliche Megatrends. Das eine ist das Mobilitätsbedürfnis von Menschen und von Gütern. Dieser Trend ist intakt. Vor allem in den Emerging Markets wie in Asien, aber auch in Afrika gibt es einen massiven Bedarf an Mobilität. Sicherheit ist weiterhin ein Trend, der intakt ist und das Thema Technologie. Insofern sind wir überzeugt davon, dass wir in einem sehr guten Geschäftsfeld als Nischenplayer, als Weltmarktführer tätig sind und eine gute Zukunft haben werden. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.